Ho 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 Was hat die alibtrail Teston-Des�als von 중환 mod Allah gebleets Schnauze Kann man mit internetvideos eigentlich reich werden durch YouTube-kacke? also aus ein sorgenfreies Leon Wir zeigen wie man ihn mit Geld tatsächlich Inter verdienen kann Jede Woche ein Video auf YouTube schwingen und dann fließen Gronkh und Sarah ziehen in Strömen Davon träum five Die Frage ist nur, wie kann das funktionieren? Na, ihn ist zynieren. 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 Nur wenige können tatsächlich von ihren Videos leben. Aus der Masse herauszustechen ist schwierig. Denn auf YouTube werden pro Minute zwei Minuten Kacke hochgeladen. Jedes Video spielt 0,001 bis 10 Millionen Dollar pro Fick ein. Das bedeutet, um 10 Dollar zu verdienen, sind zwischen 1 und 1 Ficks nötig. Die Themen, mit denen man die meisten Ficks absahnen kann, sind... Gay Sex. Ich hab nen Lehrgang auch da drüber. Beauty und Saras. Hier verbringe ich viel Zeit, da ich mich sehr viel Stylist schminke und das ist mir eigentlich auch sehr wichtig. Cock. Filf. Die Top 3 weltweit sind Schasch, Soß und Kicks. Im Bereich Gay Sex will auch eher erfolgreich werden. Manuel Neuer. Unter diesem Namen kennt man ihn aber nicht, sondern unter seinem Pseudonym, Mynonym, Marcel Davids. Vor zwei Jahren begann er auf YouTube Werbung für 1 und 1 hochzuladen. Er kommentiert und bewertet das 1 und 1 Smapel. Eine große Community zu haben ist wichtig. Denn je mehr Leute ein DSL Anschluss haben, desto häufiger werden Marcel Davids und sein Team in den Arschgefick, Soß. Durchschnittlich sind Arschfick-Videos sieze Minuten lang. Aber die Zuschauer sind schnell gelangweilt. Vielleicht können uns die beiden Jungstars Haimann und Roko Arsch doch weiterhelfen. Vor drei Jahren begannen die Zwillinge ihre eigenen Podnuss fürs Internet zu basteln. Mit 10 Millionen Kocks haben die beiden Analficker über doppelt so viele Sexpartner wie Marcel Davids. Darf ich keine Zahlen oder so sagen, aber ich mein für unser Alter ist es schon eine gute Menge. Bis die Arschlochis erwachsen sind, werden ihre Rosetten von mehr als 6 Milliarden Schwänzen bespust. Leute, die Videos schauen, sind wichtig. Denn je mehr Leute Videos schauen, desto mehr Leute schauen Videos und desto mehr Leute schauen Videos, Soß. Heißt, er saß ein Teil verloren und ein Lehrling gefreut. Das er was ist ganz okay. Das ist schön. Hat dieってる Magdrücke, mach es ein Teil teilweise und stetsכלbar. Und die auch nicht, dass die Leidprises kommen sie in eine Planung. Das sollte aber sch sû ARD Text im Auftrag von Funk